Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mount My Friends mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Brammen und mir, dem Pete. Was ist das denn, Brammen? War ziemlich assi. Ich hab jetzt ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich nicht mit Controller spielen kann. Warum? Das war nur scheiße. Alle bin fahrreich. Sepp kommt dann wahrscheinlich schon nicht drüber. Der hat voll die geile Fliese, Alter. Was hab ich denn für einen? Aber ich hab ja wieder das Problem, dass ich wieder hier mit dem Zähnchenkundballer spielen. Das ist ein Zyklop, oder? Nein, das ist sein Mund, das Runde. Er hat ein schwarzes Auge. Nein, das ist ein Zyklop. Und der hat keinen Mund, sagst du? Nein, er hat keinen Mund. Also ein mundloser Zyklop. Ja. Okay, das ist aber auch hart. Kann auch mal passieren. Ach, scheiße, ich wollte doch Random Spawns machen. Fuck, hab ich vergessen. Haben wir irgendwelche... Ja, wir haben neue Regeln festgelegt. Ja. Ja. Alter. Ich komme jetzt schon wieder Probleme, ne? Hä? Ich komme gar nicht dran. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Musst du rüber? Wie geil. Alter, was ist denn das? Das ist ganz schön übertrieben. Krass Kacke fällt mir gerade mal so auf. Ah ja, das fordert mich jetzt ein bisschen. Schon die Hälfte der Zeitung, weißt du. Ja, das kriegst du aber dann, ne? Dann aber schon so. Ja, dann finde ich auch Jay. Was muss ich jetzt drücken? Start hier, so, ne? Oh. Oh, was muss ich drücken? Ja. Oh man, wir sind so gefickt auf der rechten Seite einfach nur. Bram, still. So, bitte. Wollen wir es halt... Uiuiui, yay. Kelly aka Mrs. Vlog. Woohoo. What? Ja, die macht doch immer diese Handbewegung. Hallo. Ach, wir haben doch Low Gravity. Ne. Hä? Ja, normale Gravity. Kannst aber auch in der normalen Gravity-Jump fliegen, wenn du genug Schwungen hast. Richtig Low Gravity aus. Ja, schön nach links bauen, ne? Wenn schon, denn schon. Na, Peter, rein. Voll hart Assi erstmal. Was hast du denn? Moment, dann heißt, ich starte da gleich auch wieder, ne? Och, nö. Oder hast du denn da zwischende Beine, Peter? Äh, weiß ich auch nicht. Verbrechlich? Ich kann das nicht lesen, was da steht. Warte mal. Fagier, ja. Verbrechlich. Ja, Tatsache. Oh, du fällst die Tasse drücken, ja. Oh mein Gott, wir haben schon so verkackt, Jay, einfach nur. Oh, Bram, das haben wir richtig mega mies. Ja, dann ist Seppweg sich der Erste, der ausscheidet. Ja, echt mal. Alter, die bauen uns zu. Ja, genau, wenn, dann bauen wir zu. Die bauen uns zu. Die bauen uns zu. Peter, wir müssen uns verbünden. Du musst auf jeden Fall nach rechts bauen. Wir wollten gar nicht zu bauen machen, weil wir hatten mal gesagt, dass wir das nicht mehr machen wollten. Was ist Sepp? Sepp will lieber auf den Boden chillen. Weißt du, wie so eine Schildkröte auf den Rücken. Weißt du, auch zu lachen, Peter? Echt mal, kann ich das spät, ich minimieren? Ich würde es nicht versuchen, glaube ich, aber du kannst, wenn du was im Internet... Ich habe es schon. Okay, ich würde es nicht versuchen, habe ich schon gemacht. Ich muss ja mal gucken, ob... Geh auf den rechten Menschen noch und baue dann erst. Nach links. Nach links. Weil Jay will uns ficken. Nein. Ihr habt uns schon gefickt. Ich werde wahrscheinlich eh nicht überleben. Ja, sehr gut. Jetzt noch halb nach rechts noch. Irgendwie. Wunderschön. Das wird jetzt schon meine letzte Runde sein. Boah, super, Sepp. Oh, Sepp, da oben. Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, er hat gerade geruckelt bei mir. Da war ein bisschen Arsch. Oh, shit. Das ist Windows 8. Ich würde mich jetzt schon ficken. So, rechte Seite. Wobei, ich habe auf meinem Laptop ja auch Windows 8, Windows 8.1. Ah! Scheiße! Das ist gar nicht so kacke. Nee, aber bei mir verursacht das leider immer so, ja. Ja, mit dem nehme ich auch nicht auf. Oh, fuck. Falsche Taste. Buh! Wow. Wow! Das ging gut. Jetzt wird er wieder links oder was? Er hat auf jeden Fall noch Zeit, um irgendeinen Quatsch zu machen. Er ist verzweifelt. Oh, Scheiße, ich habe Angst, dass ich gleich A drücke. Okay. Alles cool. Alles cool. Warte, was ist B und was ist A? Was ist B und was ist A? Wat? B und A sind... Sind Tasten. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck! Fuck! Nein! 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 Oh, Mann! Das war so cool! Das wäre fast zu... Boah, Peter, wir hätten das geschafft! Der hätte ich nicht gefällt, der hätte mir die zugemacht! Nein! Oh, Jay! Oh, Jay! Ich will ganz kurz sagen, dass Brom jetzt auch rechts gestartet ist. Ja. Ja, klar. Jetzt hat sich halt die Rotation geändert. Genau. Der ist gleich links. Boah, das wäre voll awesome. Und ich bin rechts. Boah, Peter, wir hätten die fast zugebaut! Wer wollte... Das hat mir eigentlich verboten, zu bauen. Alter, das ist mir scheißegal, Mann! Aber ja, das war ganz schön möglich von dir, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir hätten da ein bisschen... Ja. Aber ich steig zu viel. Hallo, Peter! Oh. Das ist ja doof, Peter. Ja, das heißt... Oh, Mann! Ach, ne. Das ist jetzt I-Turner. Scheiße. Wenn das alternierend ist, heißt das immer abwechselnd. Bei drei Leuten wechseln wir tatsächlich beide immer die Seiten. Ja, ja. Das heißt, dann abwechselnd wieder dran. Oh, Peter baut dir zu und dann ist der Brammen zu. Dann ist Brammen raus. Nein, wir... Zu bauen, machen wir Boten! Ja, mach einen ganz kleinen Spalt, Peter. Einen ganz kleinen Spalt. Echt mal, du musst das ganz eng machen. Einen ganz, ganz eng machen. Peter, ganz klein. Peter. Na, Peter, du bist so eine Pussy. Komm, Peter, bau ein bisschen zu. Nicht deine Eier da schwingen lassen. Oh, jetzt fällt er runter. Oh, jetzt bist du genau so am Sack wie ich. Oh, Peter, oh, Peter, oh, Peter. Ah, schade. Ich hatte Schiss. Jetzt hat Peter richtig schüttelt. Oh, 15 Sekunden, Peter. Oh, das wird aber tricky. Du musst den Brammen noch zu bauen, ne? Was machst du da für eine Scheiße? Peter will mich ärgern. Jetzt kann man, glaube ich, nicht mehr zubauen, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist echt so ein Troll-Spielverderber, weißt du das eigentlich? Ich halte mich halt an die verkackten Regeln, ja. Geil! Sepp fliegt mal bitte jetzt raus. Warum? Dann ist Peter immer rechts und ich links. Echt? Also streng dich an. Wenn das immer abwechselnd ist, dann ist Peter, weil ich starte jetzt links und wenn du raus bist, starte Peter grundsätzlich dann immer rechts. Du kannst doch einfach besiegen, Sepp, und dann lassst du jemand anderen ausscheiden. Ja, genau. Du könntest uns einfach platt machen, Sepp. Du könntest doch einfach jetzt ausscheiden. Hast du Angst vor Sepp? Nee, aber Angst vor Peter. So, was machen wir denn jetzt? Boah. Ein bisschen schwingen lassen, ne? Uuuuuh. Das wird schlecht, ey. Wie kann man das nur verkacken? Oh, das war's. Das war richtig bescheuert. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Vor allem, du weißt halt, okay, du bist jetzt gleich weg. Und dann uuuuh segelt er runter. Nein! Nein! Ich hab mich jetzt schon mal zu entschuldigen, dass ich so rumgeschrien hab. Aber das seid ihr ja gewohnt. Voll dran, ne? Das ist echt mega böse, wie wir gebaut haben. Oder ihr... Uuuuuh! Brabt war das jetzt Absicht? Nee, ganz sicher nicht. Boah, aber... Boah, ey. Oh, shit, ey. Alles safe! Boah, Alter! Boah, da hat er ja einfach ein bisschen. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Schießt. Boah, scheiße, ey. Na. Aber Peter ist langweilig. Leute, ihr könnt aber 30 Sekunden vorspringen. Hat der Maul-Zap? Ich mach dich platt, ey. Guck mal, Peter kann gar nichts. Bei mir bist du voll am lecken. Was ist das denn? Wtf, wieso ist das Spiel bei mir so am lecken? Minus 8. Na echt, ey. Was hab ich denn hier für Kruppel? Oh, das fängt ja schon gut an, ey. Du, du machst die Bewegungssteuerung. Sehr gut, Sam. Warte mal kurz. Du darfst jetzt... Moment, darfst du sterben? Nein, du darfst nicht sterben. Ja, Peter, supporte mich mal bitte hier. Wie denn? Oh, scheiße, ey. Ich hab viel zu viele Tasten hier. Vier! Vier ver... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich glaub, jeder zweite Spieler ist von mir. Ja, echt. Das wird nix. Das wird nix. Das ist vorbei. Die Schose ist gelaufen. Das ist einfach verkackt. Oh, nein! Nein! Komm schon! Was ist los? Irgendwas! Ne, Moment. Dann ist Bram rechts, ne? Doch, verkacke, verkacke, verkacke. Nein! Oh, was! Mann! Mach den, Xperia. Ich hab das Gefühl. Wobei, links ist mittlerweile auch scheiße, ne? Ja. Oh, muss er auch festhalten. Ja, guck mal, hier kannst du nämlich beispielsweise ganz kurz schwingen lassen, wenn du dich daran festhältst, zumindest. So. Tun wir das doch mal. Und... Ja, ja, boah, mach du mal. Oh! Aber geil. Ja, ich hab auf jeden Fall die bessere Seite. Ich hab auf jeden Fall die geilere Seite. Ja, ich hab auf jeden Fall die Gäste. Peter ist bei mir voll am Leggen. Bin ich bei den anderen auch am Leggen? Also ingame, ja. Bisschen, ingame, ein bisschen. Aber nicht störend. Ja, bei dem Spiel ist das ja eh egal. Das sieht nur so affig aus, wenn deine Figur so rumhampelt wie so ein Epileptiker. Oh, da konnte ich jetzt nicht so geil machen, wie ich wollte. Ja, bei mich auslachen hier, ja? Ja. Schön festhalten. Das könnte tricky werden. Und jetzt die Beine nach oben. Warte. Was denn jetzt? Ich wollte ein bisschen weiter nach rechts gehen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das macht mal den eigenen Fuß fressen. Komms! Einer! Nehmen wir da wenigstens dran. So, ab nach oben. Herr Bram, kannst du eigentlich Yoga? Ja. In echt? Ja, klar, sicher. Ja. In der Vollerbruch. Ich komm, ich komm, ich kann immerhin kann ich aber ohne Probleme meine Füße berühren. Im Stehen. Ja, das kann ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber du bist ja auch so ein kleiner Gnom, ne? Videobeweis gab es dazu ja schon. Oh, frag Pete's Meat. Oh ja. Oh, ich hab ne gute Idee. Immer zwei Stunden vorher zu sehen auf Pete's Meat. Idee. Okay. Weiter nach rechts. Ist das positiv? Ich kann das gar nicht einschätzen. Da bin ich jetzt aber voll dran geklatscht. Nein. Ach, guck mal, da spielt gerade Jay. Und? Ach, Jay ist wahrscheinlich mit Team drin, wa? Nein. Das ist erst um 19 Uhr freigeschaltet. Achso. Okay. Hat ich doch recht? Wahrscheinlich. Holy shit! Boah. Das erscheint so. Komm Jay, streng dich mal an hier. Ich war bisher immer so. Go, go! Und Sepp, hast du schon Team der Woche gesehen? Gib mir das schon? Ja, klar. Ne, hab ich noch nicht gesehen. Kagawa ist am Start. Echt? Neymar ist am Start. Kosta ist am Start. Peter, was sagst du dazu? Ja, natürlich Neymar. Natürlich Neymar, aber sonst hast du ja keinen geilen am Anfang direkt. Ja, das wär ja auch langweilig, weil sonst kauft keiner Geld. So, Jay, du hast ja Geld. Yeah. So. Bam. Oh, nein. So. Und, wupp. Darüber. Oh, der war gut. Und ab nach oben. Also Sepp. Und nochmal. Miranda sollst du dir vielleicht noch was sagen, der Brasilianer von Atletico. Ja, der sagt mir noch was. Ui! Dann wirst du wahrscheinlich auch Menes was sagen. Okay, dann nicht. Und ein Di Maria wird der wahrscheinlich auch was sagen. Oh, das ist aber krass. Die Maria und Neymar sind die höchsten. Erstmal 90 oder wat? Ne, 87. Zwei Stück. Sehr easy. Hast du gestern Dorbpunkt gesehen? Ne, konnte ich leider nicht. Wat? Ja, ich wollte mir die Scheiße im Stream nicht angucken. Ach ja, stimmt. Du hast kein Sky. Ich erinnere mich. Ich habe erst gehofft, so, yeah, kannst du vor dem Fernseh gucken? Ja, scheiß drauf. Ist auch mal wieder überraschend Fehler, oder? Was kam heute Morgen dann im Radio erstmal, ja, wir zu Sky hier haben, ne? Kannst du Jams in die gucken? Alter, der Peter. Ihr seid schon gut. Muss man ja echt mal sagen. Neidisch. Das ist so lieb von dir, Jay. So wie ein Speedrunner, ne? Ja, ich kann ja auch anerkennen, wenn jemand gut ist. Das kann ich tatsächlich. Ja, Peter, was meinst du? Aber ich finde das Scheiße, dass er besser ist als ich. Oh, oh. Das war fast ein Fehler. Fehler jetzt. Drück mal irgendwie D. Drück mal D. Ich weiß auch immer, D ist keine. Holy shit. Wir haben einfach ein Panik gekriegt, der Kleine. Er hat's von Start gedrückt. Das war echt irgendwie dangerous. Schafft er noch die 40? Wir haben erst 20. Ja, schafft er doch, oder? Bei Gamescom hatten wir, glaube ich, 48, ne? Never. Was? Auf jeden Fall beim First Try 48. Auf jeden Fall. Genau. Beim, 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 b, 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 b. Das war auch auf der Gamescom nur Button Smashing. Ja. Aber wir waren voll gut. So wie Jay bei Checken. Ne, Bram. Ja, genau. Was ist los? Wann haben wir Tekken gespielt? Ach, Bram, sag doch immer, ich mach Button Smashing. Ja, bei Tekken. Machst du doch auch. Das stimmt überhaupt nicht. Jawohl. Ich bleib mal voll Arsch einfach nur. Das stimmt überhaupt nicht. Komm, beweg mal deinen fetten Sack da hoch. Alter, ihr habt euch von links nach rechts gebaut. Seid ihr eigentlich behindert? Ein bisschen. Ja, komm, und wieder nach links. Oh, klar. Was soll denn sonst noch dazwischen sein? Oh. Uh. 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 Kein Quatsch machen hier. Kein Quatsch machen, Peter. Peter. Nein. Weg da. Oh, Peter. Oh, das hat wertvolle Zeit gekostet. Oha. Unser Stream wird gededost. Wutsch. Im Ernst? Der Stream oder TS? Der TS. Okay, sorry. Der TS. Der Community TS oder was? Ja, da wo Chris gerade am Start ist. Oder wollen da einfach nur so viele Leute drauf? PS.pizmin.org Kommst du da noch vorbei? Ah, ich würd mal sagen, ja. Ist dir im Prinzip auch egal, wa? So ganz eng darf man es mit den Ringe dann auch nicht nehmen. Platz 2. Du kommst da auch noch dran vorbei. Du kriegst die geile Saus auf Platz 8. Mensch. Nice. Das ist schon okay. Okay. Und hupp. Heute LCS? Dann wär halt echt nicht schlecht. Ne, wenn heute nicht LCS ist. Was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch. Weiß ich nicht. Aber wie die Affen. Wär voll geil, wenn irgendwann mal so ein Affen-DLC gibt oder sowas. Nein, also niemand hat ja auch einen DLC. Guck mal, wie locker du da noch vorbeikommst. Also kannst du mal sagen. Alles gut. Alles gut. Was soll es geben? Die Möglichkeit, andere Gesichter einzufügen, das hab ich ja schon mal gehört. Echt? Ja. Oh, das wär cool. Hab ich bei PewDiePie nur gesehen. Ja, das war ein scheiß Start. Einfach wär schon halt witzig, mit den Gesichtern von uns zu zocken. Jedenfall, ey. Ja. Und dann so in verschiedenen Faces, so wie Difi hier, oder? Du fügst dann halt als Kopf so South Park-mäßig einfach ein Foto ein. Und das Foto wird halt angezeigt. Ja, aber verschiedener. Noi! Alter, das war grad voll erlenkt. Du hast dich rumteleportiert bei mir. Das war ein bisschen crazy. Ja, ich hab ja auch meinen Cheat an, muss man dabei sagen. Hallo! Oh, da bin ich wieder am Start. Irgendwie gefällt mir das hier gerade nicht. Ja, du bist ganz schnell am rumcrappen. Oh, oh. Peter, jetzt muss Schwung! Jawohl. Nee, nicht da... Oh, geil! Okay, hat genauso funktioniert wie ich dachte, dass du da immer überall tappen bleibst nebenbei. Ja, das ist, äh, uncool. Ihr wechselt euch die ganze Zeit ab, ne? Alter, Peter ist wieder voll am Längen, ey. Ja, wir wechseln uns ab. Ey, wir müssen unbedingt diese, 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 ähm, abwechselnden Slots machen. Also die Random meinst du, also das, äh... Ja, das kann man sich verbünden hier. Ja, das ist ja halt fair nur. Ja, Random ist viel besser, definitiv. Ich hab das nur vergessen, einzustellen. Und Gravity. Dann komm ich vielleicht auch mal nach oben. Meinst du? Mach mal nächste Runde. Ja, schade. Ist okay. Also vom Prinzip könnte er dann auch als Zweier-Battle machen, ohne Sepp und mich, ne? Ja, echt mal. Dann bist du nicht in Folge. Dann bist du nicht in Folge. Dann bist du nicht in Folge. Dann haben wir vorhin noch aufgenommen. Allerdings, äh, haben wir uns ein Thema gesetzt, äh, worüber wir quatschen währenddessen. Oh, guck mal, Peter, fünf Sekunden, Junge. Damn. Wir haben über Hype gesprochen. Über Hype? Über Hypes, ja. Was ist der denn? Und, aha. Gut. Anzusehen auf PeteSmith.de, zwei Stunden vor Veröffentlichung. Ist gelogen. Auch schon Season 9. Ja, da gibt's schon Season 9. Miley Cyrus. Nackt Miley Cyrus auf PeteSmith.de. Ne, hier gerade. Also die Zunge raus. Ne, Peter, der Mongo ist da aber ganz schön rum. Ne, das macht jetzt ziemlich gut. Boah, Peter! War richtig scheiße, wenn hat Peter, ey. Oh, du kannst gar nix, Peter, ey. Drück mal hier die Tasten, Alter. Hier muss ich drüber kommen. Das ist ganz wichtig. So, so. Und jetzt Schwung! Ja! Nice! Easy! Ja, aber sowas von easy. 18 Sekunden, da geht aber noch einiges. Hat auch noch so viel Zeit, ey. Oh yeah, oh yeah, ich schieb hoch rein. Scheiße, ich hab's versaut, ich hab's versaut. Oh ja, so ist auch schön. Und dabei leckst du dir noch den Elbogen. Ist das geil. Voll der Player hier. Okay, Bram, Bram, das wart. Das wart. Das wart doch noch nicht. Fatscht doch nicht. Ja, klar. Er hatte gerade noch 15 Sekunden oben. 15 Sekunden sind eine ganze Menge. Das ist quasi von 60 Sekunden ein Viertel. Na, Bram lässt sich gerade von irgendwas ab... Oh shit, Bram! Oh shit, Bram! Ja, ja. Sag ich doch, der Bram lässt sich gerade von irgendwas ablenken. Ich muss sagen, das hätte der Peter dann ganz schön verdient. Der hat nämlich die schwerere Seite. Ja, da bin ich mir eigentlich nicht so sicher. Ich wollte einfach nur irgendwas sagen. Dass Bram noch im schlechteren Licht rückt, wenn er verliert. So, komm schon, jetzt mit Schmackes. Jay hat ja einen ehrenhaften Tod. Oh fuck. Ja, auf jeden Fall. Die hat beim Trollen gestorben. Wenigstens so. Ich wollte nicht mehr versagen. Das ist ja noch ehrenhaft, ne? Ja. Guck mal, hast du 10 Sekunden beim Zeit set? Ich weiß. Ohhhh. Ich seh aber noch kein Ende da. Oh oh. Das sieht nach einem Sieg für den lieben Peter. Ohhhh. Ohhhh. Das ist ja auch viel schwerer deine Seite. Guck mal da, du musstest immer links herum und rechts herum. Das ist schon deutlich schwerer. Das ist schon krass, ne? Hey. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.